Herkömmliches Fulfillment braucht viel Platz und viele Menschen. Mit Autostore reduzieren wir auf das Nötige. Keine Regale, keine Gänge zwischen Regalen, keine Stapler. Behälter sind direkt aufeinander gestapelt. Das Alu-Gitterwerk sorgt für Stabilität und dient den Robotern als Schiene. Für effizienteste Raumausnutzung und smarter Robotik. Sobald eine Bestellung das System erreicht, liefern die Roboter die benötigten Artikel in Nullkommanichts zur Arbeitsstation und das ohne Unterbrechung. Schnelldrehende Artikel wandern automatisch immer weiter nach oben, wo sie sofort verfügbar sind. Warehousing in bester Qualität bei höchster Geschwindigkeit nennen wir Post-Fulfillment. Das bringt Post-Fulfillment. Bis zu 150 Prozent höhere Pick-Performance. Späte Cut-Off-Zeiten. Nähe zu Wien für Same-Day-Zustellung im Ballungsraum. Schnelle Reaktionszeit. Rasch skalierbar. Flexibel, sowohl bei wöchentlichen als auch bei saisonalen Schwankungen. Nachhaltig. Zehn Roboter brauchen so viel Strom wie ein Staubsauger und arbeiten im Dunkeln. Hochproduktiv und damit kosteneffizient. Weitere Module wie Frontend-Entwicklung für Ihren Online-Shop, Order-Management, Lagerlogistik, Retouren-Management bis hin zur Komplettlösung finden Sie bei der Post. Füllen Sie Ihr Unternehmen mit Wachstumschancen. Mehr zum Autostore der Post-Systemlogistik auf post.at. www.fulfillment